Bhagavad Gita, Vers 2.50 Ein Mensch, der im hingebungsvollen Dienern beschäftigt ist, befreit sich bereits in diesem Leben sowohl von guten als auch von schlechten Reaktionen. Daher, o Arjuna, versuche in Yoga zu handeln, der Kunst aller Arbeit. Erklärung Schon seit unverdenklichen Zeiten hat jedes Lebewesen die verschiedenen Reaktionen, die seinen guten und schlechten Handlungen folgen, in seinem Herzen angesammelt. So ist es zu erklären, dass es sich in fortwährender Unwissenheit über seine wirkliche, wesenseigene Position befindet. Diese Unwissenheit kann durch die Unterweisungen der Bhagavad Gita beseitigt werden, die uns völlige Hingabe zu Sri Krishna lehren, so dass wir von den Bestrafungen frei werden, an die wir durch Aktion und Reaktion Geburt auf Geburt gekettet sind. Arjuna wird deshalb der Rat gegeben, im Krishna-Bewusstsein zu handeln, dem Vorgang, durch den man sich von den Reaktionen auf vorangegangene Handlungen befreien kann. Arjuna Untertitelung des ZDF, 2020